hallo und willkommen zu diesem capstone video wir sollen diesen term auf einen gemeinsamen bruch bringen und danach so weit wie möglich kürzen und vereinfachen dazu verwandle ich einmal diesen ersten teil des terms auch in einen bruch denn wir haben ja hier noch keinen zähler und nenner das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen nämlich durch 1 hinschreibe das klappt immer bei termen das darf man immer machen beim multiplizieren von brüchen gilt zähler mal zähler durch nenner mal nenner also schreibe ich jetzt einmal den term auf einen bruch indem ich die faktoren der terme abschreibe vier mal x mal y quadrat mal zwei mal x und im nennen einmal 3 mal y hoch 3 wobei ich das mal 1 natürlich nicht abschreiben jetzt schauen wir nach was wir kürzen können und wir finden nicht allzu viele gemeinsame faktoren gerade mal y hoch 3 und y quadrat kommt hier vor ansonsten haben wir keine terme die wir kürzen können also y hoch 3 und y hoch 2 wenn ich hier kürze bleibt mir ein faktor y im nennen übrig denn das bedeutet der y mal y das bedeutet y mal y mal y y eines davon bleibt also übrig ansonsten multiplizieren wir aus vier mal zwei ist 8 x mal x ergibt x quadrat und im nennen wie gesagt 3 und ein y also 3 mal y somit haben wir den ursprünglichen term auf einen bruch gebracht und so weit wie möglich gekürzt damit ist das beispiel fertig gelöst